Ja, guten Morgen, liebe YouTube-Freunde. Wo ist da der Bauer-Hausi heute Sonntagmorgen? Mit dem Yamaha Faeser unterwegs. Grimsel Passstrasse. Es ist jetzt zehn nach acht. Bin eine Stunde zu spät, mindestens. Es fahren schon viele rauf. Jawohl. Das ist jetzt eine Stunde. Es ist jetzt ein bisschen zu spät. Das ist jetzt ein bisschen zu spät. Das ist jetzt ein bisschen zu spät. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020